Willkommen! Jetzt habe ich was ganz Besonderes für Sie und zwar eine Garnitur Sinatra von Willi Schillig mit Ergoslide in kleiner Beschlag und zwar Modellnummer 33120. Ein Stück, das genau dieses Stück stand in der Hausausstellung von Willi Schillig in Fronlach. Jo, was kann diese Garnitur? Sie sitzen sehr gut, wirklich sehr gut, eher fest. Sinatra ist ein Modell mit einer Kaltschaumpolsterung, richtig hochwertig, aber eher fest. Und Sie haben natürlich hier diesen Beschlag, diesen Ergoslide Beschlag, der Ihnen einen tollen Komfort bietet. Und Sie brauchen keinen Platz nach hinten. Der ganze Beschlag fährt raus. Sie liegen hier wie ein kleiner Fürst, ohne dass die Garnitur von der Wand wegbleiben muss. Ach ja, Sie haben natürlich auch noch einen Long-Life-Lederbezug in so einer, in einem Cremeweiß, Cremeweißen Farbe. Macht die Garnitur natürlich leichter. Sie haben echten Hochlegenkomfort auch auf den anderen Sitzen. Hier aber kein Beschlag und Sie können in der Ecke wunderbar auch liegen, lümmeln und was Sie sonst noch machen. Ja, überall können Sie sich diesen Hochlegenkomfort zaubern mit dem einfachen Beschlag. Das Beste an dieser Garnitur ist aber sicherlich der Inkliner, der hier auf Knopfdruck funktioniert. Sie brauchen also einen Stromanschluss, bitte beachten. Und dieses Modell von der Hausausstellung von W. Schillig hat jetzt einen einmaligen Schnäppchenpreis. Die Maße kann ich Ihnen auch noch verraten. Die stehen nämlich bei uns immer hier drauf. Links davor stehen 2,94 Euro. Rechts, also diese Seite 2,38 Euro. Sinatra W. Schillig, Inkliner, Spezialpreis für Sie. Dankeschön und Tschüss.